Wie ich es einfach nicht hinkriege, bei Spielen, wo man ein bisschen was denken muss, nicht durchgehend zu reden. Doch jetzt gebe ich mein Bestes, dass das mal ein bisschen so bleibt. So, stell mal den Kopf raus. Wenn ich hier nochmal eine Dings schieße, schieße mir Sanovic eh ins Genick, ich weiß es. Ich möchte hier eigentlich an die Wand. Ich möchte hier an die Wand. Danke. Na Junge, doof, wenn ich dich zuerst sehe. Ruhe da hinten. Okay. Schnell, 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 schnell. Okay. Ich packe mir den kleinen Camper da hinter der Wand. Wo ist er denn? Du bist da, hab dich schon gesehen da. Du musst auch eines Tages reloaden. Warte bis ich im Scope bin. So, Ruhe hier. Sehr schön. Also, wir lassen das Team hier mit nachrücken. Da ein bisschen Unterdrückungsfeuer betreiben. Oder die Herren noch denken, ich würde sie da einfach machen lassen. Schön hier wieder draufballern. Schießt auf Sie. Verstanden. Feuer nach die Bestellung. Den schön hier nochmal. Jetzt hast du nämlich besseres Schussfeld, mein lieber Freund. Ich darf es trotzdem nicht. Gibt es da Kommunikation Probleme? Gibt es da Kommunikation Probleme? Probier du mal hier nochmal einen Krieg zu führen. Vor allem, wenn gewisse Leute mit Rockets nichts treffen. Okay, es bewegt mich mal hier hin. Hier haben wir nur so ein Unterdrückungsfeuer. Was denkst du? Du hast aber ein riesig freies Schussfeld. Ja, ich seh's. Ah, ich steh dir im Weg. Das tut mir leid. Wer ist jetzt? Okay, wisst ihr was? Genau aus diesem Grund mag ich diese Taktik eigentlich gar nicht. Wehe, Chess, was schießt mir jetzt eine Rockedoodkreuz? Dann bin ich also beleidigt für das Rest meines Lebens. Also, du willst also spielen mit mir. Ich kann das nämlich auch, weißt du? Ich kann mich auch in der Autoprax verstecken. Kann ich nämlich auch, siehst du? Okay. Ich hab Angst, dass beim Versuch Chess bei mir ins Knie schießt. Chess. Wenn Chess bei eines Tages mal das Ziel trifft, mal ich ein Dings an die Wand, ein Kreuz an die Wand, so. Sehr schön. Okay. Schön, ein Reload machen. Schön, alles durchschlagen. Schön. Eine schlechte Deckung. Bewegt euch und bleibt geduckt. Da drüben aufstellen. Häuser, immer schön eine MG mitnehmen. Kommt da einer rein. Wir gehen aber zuerst nach oben. Wie wäre das? Ich gehe hier mal... Okay. Wurde durch das natürliche Level wurde ich in dieser Idee schon frühzeitig schon geblockt. Das ist, dass mir ihnen vorbereitet. Nun, dass ich vorstelle. Oh oh. Das Ding ist wenigstens nicht sehr feuereffizient. Wenn ihr das nächste mal feuert, dann renne ich um mein Leben. Oh oh. Das Ding ist nicht sonderlich feuergeprüft. Sprich, das trifft eigentlich praktisch nie diese blöde 8-8-Presse da hinten. Zeig du auch noch deinen Kopf hoch, der noch hier ist. Wie bist du denn? So. Ist das auch schon erledigt? Oh oh. Knall von der Seite drauf. Wie müsst ihr doch den Kanonier mal treffen? Gebt ihnen alles was ihr habt! Ich meine Chance. Ich brauche. Kann ich den Kanonier treffen. Sehr gut. Okay, die 8-8 ist weg. Sehr gut. Haben wir die 8-8 aus der Seite geholt, nachdem der blöde Kanonier nach einem besseren Leben gesucht hat. Ey Sano, mach dich mal nützlich. Das Jazzboy verwechselt die doch immer. Gut, die 8-8 ist soweit. Ja, dich seh ich da hinten. Verdammte Scheiße, da ist eine MG. Schieß doch ruhig. Hab dich da oben schon gesehen. Ja, ich treff ihn halt so nicht. Problem ist halt einfach, ich bin hier relativ... Ob Jazz je mal irgendetwas trifft mit deinem Leben? Ich treff den einfach nicht. Diesen blöden. Wie kann man da hinten? Du da in der Kirche, du liebst doch noch. Komm, steck nochmal den Kopf hoch. Komm. Okay, den Hammer glaube ich. Komm. Ruhe da hinten. Ach, ich komm so irgendwie nicht weiter. Okay, es war halt nützlich um die... Ach. Da hinten nervt mich. Ich hab ne Idee. Ich hab da ne gerade Feuerbahn. Das sollte ja eigentlich drinnen liegen. Naja, nicht für sie. So, den Hammer. Das da hinten. Das ist doch einer, oder? Ach. Verdammte Kacke. Ich komm so nicht... nicht zum gewünschten Ende. Ergebnis. Drecksscheiße. Komm. Krieg deinen blöden Kopf raus. Komm jetzt mal. So, endlich. Okay. Seid ihr eigentlich lebensmüde? Okay. Jasper. Schieß doch diese Position. Feuer. Ein Riss auf den Stein. Wäre es. Wenn er weiter rüberkommt. Okay. Okay. Angesengte Sau-Taktik. Ohhhh. 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 Da oben ich in Mg? Ich weiß es. Kommt, Kleiner. Ich weiß es. Spreif Wind. Okay. Müssen bei ein bisschen auf Heteekilim Solexon. Uuuuhhhmmmm. Jasper! Geht aus den Stellung! Ihr haltet einfach den weg, während Jasper den dann aus dem Haus rauskommt. rausknallt wenn er hier ist und wehe Jasper du schießt daneben du hast jetzt mal ein schönes Fenster wo du zeigen kannst was er drauf hast sehr schön bei Fenstern da scheint das drauf zu haben sobald er aber andere Ziele ins Visier nehmen sollte macht das nämlich nicht gut da man nämlich den Schützen erwischt können sie natürlich nicht machen das ist da einer das war einer jawohl ach komm Jasper Jasper meine Fresse wie man mich halt einfach nicht beschützen tut wo denn wo das ist denn jetzt mein Ziel gut dann gehen wir mal hier rein wow hier sind ja auch noch Leute ja scheint aber kein Problem zu sein das mache ich schnell alleine scheint doch ein Problem zu sein doch nicht ich habe mir nicht gedacht des Helms hast du überlebt ich habe mir nicht gedacht des Helms hast du überlebt die Bazooka muss darüber hier hin sichere des Verwaltungsgebäudes dort in Deckung gehen dort in Deckung gehen die Bazooka da drüben aufstellen ich sehe dass du den Kopf rausstrecken willst komm wer will der Erste sein wer will mitmachen kann aber nicht so schwer sein komm hier bin ich doch genau genau wegen dem habe ich gedacht ich warte mal und ich oh nein 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 keine naah verdammte Scheiße komm mal wir sind ach super sehr toll du bist ja auch ein richtiger Held vom Erdbeerfeld stellt dort drüben die Bazooka auf jo aber das sei es gewesen wir haben gerade frisch einen verloren aber wir sehen uns im nächsten Part wieder von Brothers in Arms in der wahrscheinlich letzten Mission des Spieles und bis dahin sage ich bis ich bin draußen auf Wiedersehen